Ich bedauere das sehr, aber jetzt würde ich auch offen sagen, dass ich denke, dass wir jetzt hier nicht zum Spielball der Innenpolitik Israels werden dürfen. Es wird eine nächste Gelegenheit geben, sich irgendwo zu treffen. Ich halte das jetzt auch nicht für eine Katastrophe. Und selbstverständlich werden Herr Netanyahu und ich sicher Gelegenheit finden, miteinander per Telefon oder auch beim nächsten Besuch uns zu treffen. Das ist ja nicht der Erbruch der diplomatischen Beziehung. Man muss es jetzt auch ein bisschen im Rahmen halten.